Joa, was geht ab hier Pisa? Zeit fürs Unboxing der Family Edition. Wie ihr seht, wir haben die Boxen erhalten. Ich hoffe ihr habt die Zara euch vorgestellt. Das gute Ding sieht so aus. Es ist eine relativ große Box mit schönem Inhalt. Wir werden die jetzt gemeinsam öffnen und euch zeigen was da für geile Sachen drin sind. Wir schneiden gleich ein bisschen dazwischen und so. So sieht das Ding aus, schön bedruckt. Schön der Albumtitel, einmal Mason, immer Mason. Und ja, fangen wir mal an. So, mach das edle Ding auf. Ihr seht schon, es geht nicht so schnell, weil das Ding aus Stahl ist. So, wie ihr hier sehen könnt, zuallererst haben wir ganz unspektakulär hier so ein paar Sticker. Damit könnt ihr eure Stadt verschönern. Auf keinen Fall. Das Label. So, und als nächstes haben wir hier in der Box den euch schon bekannten Mason Family Patch. Vielseitig einsetzbar. Ihr könnt den euch, keine Ahnung, hier auf die Schulter tätowieren oder ihr steckt euch das Ding hier auf die Brust. Oder, keine Ahnung, ihr macht euch einen Schuhabdruck daraus. Und wenn ihr jemandem das nächste Mal in die Fresse treten, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wer die Gang ist. Kann man auf jeden Fall machen. Ist geil. Ihr könnt euch das Ding, wie gesagt, drauf patchen. Irgendwo auf Textil. Kann man bügeln. Nähen, wie man möchte. Und dann ist man ein Teil dieser Family. So. Das ist das Album. Die Deluxe Edition. Da kommen wir aber später noch zu. Das Weitere haben wir in der Box. Ein Poster. Ein Mason Family Poster. Mit uns beiden drauf. Könnt ihr euch in euer Zimmer hängen. Über euer Bett. Damit ihr auch schöne Albträume kriegt. Und Kammer zeigt euch noch das letzte Teil. Das T-Shirt. Ja man. Das T-Shirt ist ein Highlight. Lieber Ding. Wir haben das T-Shirt leider nur in der Größe L. Weil wir davon ausgehen, dass unsere Fans keine Lappen sind. So. Hier vorne. So. Und so sieht das gute Stück aus. Das Ding gibt es nur in Rot. Blutrot. Getränk mit dem Blut unserer Feinde. Und wie gesagt. Der Schriftzug sagt schon alles. Es wäre geil, wenn ihr euch das Ding kauft. Und wenn wir uns das nächste Mal irgendwo auf einem Gig sehen. Oder hin und der im Praxis Ding. Und dann habt ihr auch eine gewisse Zugehörigkeit. Und gewisse Privilegien als Gang-Member in dem Sinne. Geiles Teil. So. Jetzt zum Herzstück der Box. Die Deluxe Edition. Ich mach die einmal auf. Kein Messer am Start. Sonst mal Butterfly in Jeans Tasche. Das ganze Ding sieht folgendermaßen aus. Ihr öffnet das. Man sieht natürlich uns beide. Die Gang. Wenn wir die erste Seite öffnen, seht ihr den Mason Family Schriftzug. Und dann natürlich als allererstes das Album CD 1. Wenn wir weiter öffnen, kommen wir zu der Instrumental CD. Da sind alle Beats drauf, die auf dieser Platte drauf sind. Des Weiteren sind natürlich hier auch die drei Bonus Songs. Monster 2. Mit einem brutal riesigen Haufen von Gang-Mitgliedern, die da Feature-Pubs drauf abgeliefert haben. Ja. Und zum dritten die Kampfhund EP. Die ist nochmal extra für euch dabei. Auch als CD mit dem Cover. Könnt ihr auch da sehen. Das Cover der Kampfhund EP. Genau. Wir haben uns gedacht, weil es die Kampfhund EP niemals als richtige CD gab. So wie es Ouija gab. Für die allerersten Gang-Member. Haben wir gedacht, okay, das wäre ein geiles Ding, was man noch dazu liefern kann. Und es definitiv auf jeden Fall den Kauf wert. Genau. Ihr habt hier 18 Songs plus die EP plus die Instrumentals. Und für alle, die sich die Box nicht zulegen wollen, haben wir hier noch die Standard-Edition. Da sind 15 Tracks drauf. Und die kriegt ihr auch überall bei Amazon, Mediamarkt, Saturn am Freitag. Genau. So. Ich hoffe, dass habt ihr euch nochmal animiert, das Ding zu kaufen. Da sind wirklich coole Sachen in der Box drinnen. Hochwertig gemacht. Nicht so ein Billig-Schrott, wie andere Menschen das immer machen. Und übermorgen ist Stichtag, ihr Lutscher. Genau so ist es. Also, 29.05. Einmal meißen, immer meißen. Meißen ist die Gang. Bestellt euch dieses Teil vor in der Detail unserer Familie. Peace. Wir haben noch ein ganz kleines Extra vor euch. Es gibt nämlich eine Special Box, die wir hier ganz exklusiv verlosen. In dieser Special Box ist nicht nur das Album, der Patch, die CD und diese ganzen Sticker und Poster drinnen. Sondern wir legen noch ganz oben drauf eine Maske, eine Mason Original Maske von unseren Videos, von unseren Schatten, was wir gemacht haben, die wir schon selber angehabt haben. Legen wir noch mit in diese Box. Was ihr dafür tun müsst, um diese Special, Super Special Family Edition zu bekommen, ist folgendes. Ihr müsst das Unboxing Video einmal teilen und uns die Mason Family darauf verlinken. Die engere Auswahl kommt dann in einen Topf. Wir verlosen das Ganze. Wir ziehen dann einen Namen und der Gewinner bekommt dann diese Special Family Box mit Maske zugeschickt. Genau so ist es. Ganz einfach Leute. Verlinkt uns auf die Mason Family Facebook Seite. Teilt das Unboxing Video. Und ihr könnt die Box gewinnen mit Maske drinnen. Original Maske, die wir bereits getragen haben. Genau so ist es. Und wir signieren das natürlich auch mit eurem Namen drauf. Also, teilt fleißig. Stellt das Unboxing Video, wenn ihr die Maske haben wollt. Die gibt es sonst nicht für Leute wie euch. Genau so ist es. Und diese Masken verkaufen wir auch nicht. Bedeutet, es gibt nur diese eine Chance, eine Maske von uns zu bekommen. Also. Schlagt zu und... Werdet Teil der Gang. Peace. besitzel ... Children Schnabel